Herzlich Willkommen zu der Dirkzeitfolge von dem Jonglenbuch aus meiner Feder und heute geht es weiter und ähm das ist die Sache dann doch das Junklead ist ja es ist wieder Junklead und Junklead ist krass ist heute ein kleiner Wiederholzeug wir werden ein bisschen Sachen wiederholen werden in der Art wie sie eben ist und ich glaube es sind ich bin nicht viel gespielt wie es auch bei Clash of Grins geschehen ist also es ist niemals so schlimm gekommen und das Wollmodus wieder wieder im Semino Mode spezial machen spezial können wir dann schön machen und wir haben auch wieder ultra viele Münzen die wir jetzt auch gleich in Sachen buttern werden ich habe keine Ahnung woher die ganzen Münzen sind jetzt mal jemand den wir schön die ganzen Sachen wegholen ich hab mich richtig viel Schaut ab und ohm Gott ich hab die Video das ihr gerade gesehen habt wenn ihr schon auf meinem Kanal seid ich hab schon die 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 sind in dieser Liga rum, Batschen. Mit den netten, netten, netten. Die heißen beständlich Und Oh Wir haben inzwischen so viele Leute Wiss ich gar nicht So Hier gibt es noch ein paar Heiler Die werden wir mal gönnen So Das sind dumme Heiler Die finde ich ja richtig beschadet Muss ich eigentlich jetzt mal sagen Gibt's genug Drauflaufen können Nein, das ist einfach ein bisschen Ding So ist das eben Aber ich werde jetzt keiner Das werde ich machen, wenn ich Aber nicht, weil ich beim Rathaus bin Man muss Ähm Gut, wenn es so viele Götter ist Ah Fak se Ihr könnt euch drauf verlassen Da ist ja Ähm Ich muss noch so viele hier zu machen Bis ich das nächste Rathaus rabез Dauert Ohne Ende Der Halel ist Neujahrsgeschenk Und dieses Neujahrsgeschenk Musshu ich jetzt mal so ziehen Das ist Es ist komisch, meine Freunde, dass ich jetzt eine Zeit lang nicht da war. Tut mir schon leid, aber ich muss auch noch ein kleines Refrainieren. Ja, das muss ich alles noch so tun. Die kann man sich überhaupt nicht antun, habe ich gesagt. Aber es ist immer zu und wenn man die die ganze Zeit am machen ist. Und das Praktikum war übrigens heute ganz lustig. Ich habe heute ein bisschen geschrieben, mehr war nicht so drin. Ich war erst im ersten Teil des Praktikums saumüde. Meine Mutter hat mich natürlich... Und... Ja... Iron Desert, Iron Desert... Okay... Evolution... Lucky... Fals... Ist nicht so, dass es so... So... Simple... Clicker... Clicker... Okay... Hört sich ja ganz interessant an. Den guten Bubba haben wir lange nicht mal die Lupe genommen. Und den Boba, den werden wir heute mal auf seinen Saal füllen. Und der Boba, der braucht auch mal seinen Upgrade auf Lens 20. Jetzt geht's schon wieder nicht. Deswegen hört ihr mich auch. Der Boba braucht auf jeden Fall seinen Upgrade. Und ich glaube, ich werde das Video nicht beenden, weil ich glaube, das spricht wirklich zu wenig. Und bis jetzt weiß ich, was ich gucken will. Okay, also, der Boba ist immer noch am Start. Der hat die ganze Zeit diese Sachen gebraucht. Nämlich Muskeln, ein Maschinengewerle, eine Goldkette und eine Hose, die aussieht, als wäre die als halb acht. Und dazu einen Nachtbeserker. Und das ist schon sehr krass, meine Freunde, dass er diese Features hat. Und deswegen werde ich ihn als erstes nutzen. Und dann kommt der gute Carell, der gute Carell, der auch ein Muskeln, der hat auch ein Maschinengewehr. Ihr habt alle Maschinengewehre. Aber hier sitzt die Hose. Und dauert es auch nicht so lange, bis ich sie überhaupt upgraden muss. Nämlich, weil er nur auf Level 16 hingeht. Der gute, ich glaube, ich habe ihn Meckel genannt oder so. Ist ja noch mal schon, der hat hier die Sachen. Oder Meckel. Ähm, er ist nicht so etwas geweevet. Und den können wir noch gar nicht upgraden. Wir haben gerade auf Schödingung dafür, für diese Posten. So, oh Gott. Das war's dann wieder. Ich habe, ich glaube, das ist ein ganz bespeichert. Den habe ich vollkommen vergessen. Nur, ich weiß gleich, ähm, zu Ende ist, sage ich, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Sagt, wie du das hast und ein herzliches. Schließlich abonniert mich und einen Daumen nach oben. Dankeschön. Gott, wie du das hast. Vielen Dank.